Servus, servus Leute, willkommen zu YouTubers Lies, Lies, genau, live, es geht weiter. Was war denn das für ein Geräusch? So, Headset richtig aussetzen, Spiel geladen. Wir sind letztes Mal nicht umgezogen. Einige haben geschrieben, ich hätte es machen sollen, schafft man easy. Aber ich denke, lieber die safe Variante wählen, genug Kohle beiseite haben. Ich meine, 8000 Abonnenten, das läuft schon für die paar Tage, die wir machen. Benachrichtigung, die Zeit ist kommen für die Playstation. Honey, stopp die Herstellung. Komm, vielleicht ein bisschen... Du hast eine neue... Ah, Karte freigeschaltet. Gucken wir mal, auch haben wir hier freigeschaltete Inhalte. Neue Karte, drei neue Karten. Haben wir noch irgendwie ein Spiel wählen? Gucken wir mal. Ist jetzt nicht mehr so der Pring... Oh, guck mal, hier, Counter-Streak ist immer noch voll der Pringer. Dann machen wir einen weiteren Teil von Counter-Streak. Ein Preview... Ein Preview ist jetzt ein bisschen spät, das haben wir aber jetzt freigeschaltet. Schon mal cool. Das heißt, nächstes Mal, wir kaufen uns dann... Und das hier, wie ist das hier? 64, 16... Kann ich hier dann irgendwie dann... ...verscherbeln, oder wie? Du erhältst drei. Naja, brauchen wir nicht. Wir haben noch Platz im Schrank. Spiel wählen. So. Wir wollten Counter-Streak. Und dann ein Gameplay machen und starten. So. Webcam müssen wir mal wieder ein bisschen Geld reinstecken. Aber so ein bisschen Counter... Let's... Counter-Streak Gameplay 2. Diesmal sparen wir uns das und mehr Zeit ist Geld. So. 21 Glühbirn haben wir. Intro mit Logo passt da gerade rein. Gibt dann immer Doppelpunkte. Hier passt auch das hier rein. Ah, ne. Gibt immer Plus 1. Oh, sehr schön. Da haben wir auch noch den singenden Kommentar bekommen. Ich brauche unbedingt ein bisschen mehr Schauspielerei und Skript. Ach du Kacke. Ähm... Heißt... Heißt... Wir... Ach, ne. Können das hier nehmen. Noch 7 Punkte hätten wir. Ah, 4 von 4 Teile. Ah, okay. Hier oben steht das. Ah, jetzt langsam kapiere ich immer mehr. So. Also... Passt alles nicht so schön zusammen. Das sehe ich hier schon. Mal gucken, ob irgendwas besser passt. Nö. Nö, nö, nö. Gut. Wir haben hier noch wieder 12 Punkte. Das heißt, wir können wieder 2 Punkte reinziehen. Windows einmal das. Und dann noch das Skript. Dann haben wir es recht ausgeglichen gekriegt. 61% Interesse ist ein bisschen doof. Neuer Rekorder bei Videoqualität. Hi, ich bin der Nachbar. Darf ich mir von dir ein paar Spiele ausleihen? Wenn jemand... Jemand... Ja. Plus 5... Ihr Nachbar denkt... Puh, tolles, coolste Leiter ist die Aus... Bastard. Gut. Nächst mal vielleicht nix. Wir shoppen aber mal ein bisschen. Einkaufen. Ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Das ist natürlich gut. Dann gehen wir... Dein Zuhause. Arbeiten. Lernen. Wir lernen mal wieder ein bisschen. Nicht, dass die Mutter in wieder Stress schiebt. Dann schlafen wir direkt. Spiel wandelt eh noch um. Und dann futtern wir ein bisschen. Aufgabe abgeschlossen, was? Zurück zur Schule. Kaufe ein Spiel, die kriegen wir auch schnell. Wir essen wieder. Ich glaube, ich vernachlässige halt komplett meine Freunde und so weiter. Ein Vollips-Keller-Zocker. Hm, 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 gleich geht's Video online. Gemampft haben wir. Jetzt kaufen wir ein. Ich würde sagen, wir kaufen... Oh. Okay. Hier, wir kaufen Topseller. Was haben wir? 18. Februar. 15. 15. Failout. Äh, ich denke, Failout wäre irgendwas, was wir uns leisten könnten. Und da könnten wir dann direkt ein Preview von machen. Yo, wir kaufen Failout. Ähm. Ah, hier gäbe es auch nach Top-Bewertung. Ich höre schon, der PC ist kaputt. Laden verlassen. Laden verlassen. Nein, danke. Kaufen. Kaufen. Und PC World. Wir brauchen bessere Technik. Logitech Webcam. Gekauft. Mikro gekauft. Mikro gekauft. Mikro gekauft. Headset bringt mir nichts hier unten. Takens Pro HD Cam. Das ist die Frage. Ist die besser? HD Ready Monitor. 120. Komm. Gib die Kloppen raus. Big YouTube Money und so. Ja, ich... Wie, Hausarrest. Jo, Failout, da machen wir gleich. Wir... Oh, aufrüsten. Ah. Ja, ja, reparieren. Da kommt der Techniker. Webcam. So. Du verlierst Abonnenten. Ja, ich sollte mir... Oh, wir sind auf 11k hochgegangen. Und aber hier, wenn der... Ne, wir schlafen erst mal, dass wir wieder volle Energie haben. Die Lampe geht nämlich dann immer hoch. Ähm, und... Schnabuliert wieder auch noch schnell was. Oh, kaufe ein Spiel. Trinkt XP. Und dann... Machen wir... Spiel wählen. Failout. Video. Und wir machen ein Preview. Video starten. Wir haben volle Energie. Das heißt, wir können voll unsere 21 Lampen... ausnutzen. Ausnutzen. Das wird jetzt das coolste und beste Spiel, was wir je gemacht haben. So, Webcam. Niedrige Auflösung. Keine Filter. Stereo-Ausgabe. Arbeitsplatz. Wir brauchen Webcam-Video auf. Ich habe doch eben eine neue Webcam gekauft. Ja, Konfiguration fertig. Preview 1. So heißt es halt jetzt. Lame Name. Lame Name. So. Lustige Begrüßung. Oder einen mörderischen Blick zum Anfang. Nein, wir machen eine lustige Begrüßung. Gibt wieder die Bonus-Punkte. Dann machen wir ein singendes Kommentar. Jetzt. Und er schießt, 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 schießt. Und was haben wir hier? Aufnahme. Tja, es kommen noch hier. Das ist natürlich doof. Jetzt müsste ich nochmal sowas ziehen. Okay, nochmal mörderischer Blick hinterher. Kacke. Also, für die, die es jetzt nicht sehen, ich muss immer hier dasselbe Symbolchen haben. Dann kriege ich einen Bonus. Ich hätte halt noch hier voll viel Energie gehabt, um Besseres reinzuklatschen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt besser gewesen wäre. Guck mal. Aber wir haben auf jeden Fall einen Start. So, lass mal gucken, ob wir das irgendwie besser kombinieren können. Guck dir es an. Grüne Verbindung, Doppelgrün, Doppelgrün. So, und wir sind schlecht beim... Ach, guck mal. Wir haben jetzt 16. Aber 16 langt. Doch, das langt, um drei Dinge reinzuklatschen. Small Tourismo 4. Small Tourismo. Jo, ähm, bin ich gespannt. Wir rendern. Interesse 94. Inhalt neuer Rekord. Und neuer Rekord bei Nachbearbeitung. Und hier gibt es auch deutlich neue Level. Schauspieler bin ich gut vom Level. Skript bin ich ein bisschen kacke. Ja, aber hochladen mit dem Ding. Ähm, jo, wir gehen wieder lernen wegen der Muttern. Sonst, ähm... Jo, oh, wir haben eine neue Karte. Du hast eine neue Karte. Kurz Kommentar. Sehr schön. Die Mutter putzt wieder ein bisschen. Ich finde das Spiel so klasse, ey. Das macht echt Laune. It's dangerous out there. Get this. Steht auf meinem Badge. So, hier. Dann gehen wir doch vielleicht auch nochmal arbeiten. Sechs Stunden. Und danach schlafen wir. Ich bin echt gespannt, was Fallout... Die... Preview. Das ist das erste Mal, wo wir eine Preview machen. Okay, jetzt sind wir müde. Das heißt, wir schlafen dir eher, Junge, nicht so trödeln. Oh. Dein angezockt Video von Failout ist wirklich gut. Tja, Mr. Angezockt halt. Ich habe auf dem ersten Dall-PC-Video gewartet. Failout ist das beste Spiel. Wer hat dieses Video nachbearbeitet? Lach mich weg so schlecht. Milton, du... Bastard. Und ich dich sehe, Milton. Gibt's. Oh, bei. Hier. Hier, guck mal. Der Rubel rollt die Viewerrollen. Die Abonnenten gehen hoch. Heißt, wir essen jetzt nochmal schnell was. Das wird dann eigentlich ein Gameplay dazu sogar machen. So, ess schneller. Und ich guck halt wirklich mal wegen Aufrüsten. Aber irgendwie, glaube ich, habe ich immer das Beste gerade. Ich könnte mir natürlich eine Konsole kaufen. Mal gucken, was die kosten. Auswählen. Ah. Ah. Den, ich könnte auf dem PC sparen. Ähm. Neues Gaming-Video. Weißt du was? Dann nehmen wir als nächstes Ziel, auf den PC zu sparen. Und dann erst ziehen wir um. Das hier ist ja die Config, die wir gerade haben. Failout Gameplay 1. Mal gucken, ob die Dinger besser reinrollen. Winkende Begrüßung. Hehehe. Ob. Ach, das ist ja kacke. Was muss ich's nehmen? Spiel-Intro. Ich lasse es jetzt mal durchticken, weil hier, die kann ich die Karte... Okay. Ach, das ist doch kacke gelaufen. Und dann verwerfen wir das. Okay. Kostet halt alles Zeit, aber... Ja, ja, war ein bisschen was zur Übung. Video verwerfen. Ey, ich hab gelernt. So, neues Gaming-Video. Failout. Und diesmal, diesmal wird die Aufnahme was. Nicht wieder so. So, fortsetzen. Failout 1. Mal gucken, jetzt ist es auch 23 Lämpchen. Oh, und hier? Oh, wat? Erfordert Casual. Okay. Ähm, Intro. Winkende Begrüßung, auch wenn sie lahm ist. Die Frage ist, ob ich dann Kram rausschmeißen kann. Aufnahme. Komm, gib mir wieder sowas mit dem Pfeil. Sehr schön. Unlustiger Kommentar. Okay, die kann ich gut. Professioneller Kommentar. Oh, und das gibt hier ein Doppel. Hä? Doch nicht. Und, äh, der winkende Verabschiedung. Tschüss. Und wir haben hier noch elf Lampen. Also, es läuft eigentlich. Ah, wir dürfen jetzt auch fünf Videoteile machen. Und die basteln wir zusammen bisher. Oh, guck mal. Das passt gut. Oh, so, eigentlich ganz ordentlich. Und wir kamen noch so viel Energie, dass wir hier wirklich... Ich müsste doch tatsächlich mal nach einer besseren Leitung gucken. So, Interesse ist nicht so toll, aber Inhalt ist geil. Oh, jetzt lauft's. Das Skript geht ein bisschen hoch. Oh, überall neues Level. Schön. Ähm. Formelle Begrüßung kostet fünf. Schau dir's an. Die Mutter schon wieder. Herzlichen Glühstumpf. Hallo, bist du angezockt? Ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich hab keine große Habe, aber bin, Hager. Wo soll ich sein? Kommst du mit dir? Ja, ja. Wenn du schon reinkommst und ich so doof lache, gehe ich mit dir ins Kino. Oh, 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 wir müssen uns dialen. Stimmt, wir hatten letztes Mal die Cap hier abgesetzt. Oh. Och, nö. Ich könnte mir noch neue Klamotten leisten. Komm. Gucken wir mal. Nö. Oh. Warte, mit Gürtel. Bitte eines. Hallo, ich möchte ein Gameplay, wie weiß ich aber leider nicht, wie ich aufmachen soll und das hochladen. Ich werde dir das Spiel schicken. Okay. Bring Kohle. Ich werde es dir schicken. Halt die roten Schuhe drauf. Die. Ne. Wenn schon Brille. Zum Event gehen. Und das Spiel ist da. Öffnen. Müssen wir dann im Quest gucken, was, was es war. Wobei, wird in dieser Folge wahrscheinlich nichts mehr werden. Wir gucken mal im Kino. Hier können wir jetzt flirten. Warte mal. Come on. Warte mal. Scheint es irgendwie nicht rumzuhauen. Komm. Okay, jetzt texten wir sie noch zu. Ist das überhaupt die Tante, die mit ins Kino wollte? Blablabla. So, ja gut. Und, ähm. Wo sehe ich denn nochmal, dass der YouTuber ist oder nicht? Kein YouTuber hier. Was, du siehst aus wie ein YouTuber, hä? Nö, auch nicht. Bist du ein Freak. Hier. Ein gestörter YouTuber. Nö. Du, Stirnbandtypi. Nö. 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 Du? Die andere dackelt mir hinterher. Ja, geht schon was. Nö. 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 Der Jefferson, der Versch... V-Log aufnehmen? Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass ich ein V-Log aufnehmen kann. Aber wahrscheinlich mit dem Handy, das ich mir gekauft habe. Äh. Äh. Ach, schade. Okay. Sound haben wir null. Packen wir da rein. Ja, keins von beiden jetzt wirklich gut. Komm, gib mir eine richtige Verabschiedung. Yeah. Ich werde es zu Hause bearbeiten. Vlog aufgenommen. Cool. Willkommen, da gehen wir auch direkt ins Kino, wenn wir heute schon was geleistet haben. Für die Presse... Für die Presse... Was? Posen? Hey, warte. Warte, bis ich gehe. Hey, warte. Ah, okay. So war das jetzt. Guck mal, aber hier gibt Fotos, ne? Gut, das ist gute Cappy auch. Danke, du kannst nun von... Wirklich nicht bekannt, dass... Äh, ja, gut. Geh in den Saal. Die Freundin dackelt hinterher. Dann quatschen wir noch ein bisschen mit der. Und dann... Wir sind schon... Hier ist aber gerade viel Leute... Wo sollen wir sitzen? Schneckchen, komm. Wir suchen uns den besten Platz aus. Reden. Einladen. Chatten. Beziehung. Kann man die nicht irgendwie klar machen? Ja, okay. So, ich würde sagen, jetzt hier an der Stelle... Sage ich, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's mit YouTube Live. Ich weiß auf jeden Fall weiterzocken. Das macht tierisch Bock. Und wir gucken, was uns noch erwartet. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.